Ja, wenn ich meine Mandarinen habe, kenne ich noch. Vielleicht kannst du mir Orangen machen, oder besser gesagt, Minutmaid. Das wird ja tristisch. Das ist schon so eine Idee. Ich will auch mal die Küste haben. So eine Kartungsküste. Das ist einfach Karton. Stell dir mal einfach da hin. Und lege mal eine Mandarine da dran. Ein, zwei, doch. Und nun mal die dritte. Wenn ich schon viele Chancen habe, dann kriege ich mich wirklich Minutmaid. Aber wenn du ihn, man gebt auch eine Helle, dann klappt ein Tonnerprozentig. Das ist mit Essen da. Heute geht's so gut. Oh, nein.